Das Glück der Völker König Mahavijita ließ den brahmanischen Hauspriester rufen und sprach so. Als ich da Brahmane einsam zurückgezogen weilte, stieg mir im Geist folgende Überlegung auf. Besitzen tue ich reichlich irdische Güter. Den gewaltigen Erdkreis habe ich als Herrscher inne. Sollte ich jetzt nicht das große Opfer bringen, das mir für lange Zeit zum Heile, zum Segen gereichen würde? Ich wünsche also Brahmane, das große Opfer zu bringen. Unterweisen möge mich der Verehrte, sodass es mir für lange Zeit zum Heile, zum Segen gereichen möge. Auf diese Worte hinsprach der brahmanische Hauspriester zum König so. Des königlichen Herrn Reich lebt in Not und Bedrückung. Man trifft geplünderte Dörfer, man trifft geplünderte Städte, man trifft Wegelagerer. Wenn nun aber der königliche Herr in diesem notleidenden und bedrückten Lande Steuern erheben wollte, so würde der königliche Herr insofern Unrecht handeln. Nun mag es zwar wahr sein, dass dem königlichen Herrn der Gedanke kommt, ich will dieses Unwesen durch Hinrichtungen, durch Gefängnis, durch Geldstrafe, durch Ehrverlust, durch Verbannung ausrotten. Nicht so aber ist die Ausrottung dieses Unwesens in der richtigen Weise möglich. Diejenigen, die bei den Hinrichtungen verschont geblieben sind, die werden hinterher wieder des Königsland schädigen. Wenn man aber folgende Einrichtung träfe, so würde die Ausrottung dieses Unwesens möglich sein. Denjenigen Landbebauern und Viehhaltern im Reich, die es benötigen, denen möge der königliche Herr Samen und Futter verabfolgen. Denjenigen Handeltreibenden, die es benötigen, möge er Geld verabfolgen. Denjenigen Beamten, die es benötigen, denen möge er Kost und Sold anweisen. Und diese Menschen werden dann ihren eigenen Geschäften nachgehen, des Königsland nicht schädigen. Und groß wird des Königs Schatz werden, befriedet das Reich, frei von Not und Bedrückung. Und die Menschen, mild geworden, froh im Herzen, werden die Kinder an ihrer Brust spielen lassen und werden in unverschlossenen Häusern leben. Ja, Verehrter, stimmte der König dem brahmanischen Hauspriester zu. Und er verabfolgte es, und diese Menschen, ihren eigenen Geschäften nachgehend, schädigten dann des Königsland nicht mehr. Und groß wurde des Königs Schatz, befriedet das Reich, frei von Not und Bedrückung. Und die Menschen, milde geworden, froh im Herzen, ließen die Kinder an ihrer Brust spielen und lebten in unverschlossenen Häusern. K successionsschema ZEBES ZEBES Untertitelung des ZDF, 2020